Yo yo yo, Burek am Start. Nächstes Video, nächste Instanz, Klassiker. Jetzt mit der Instanz vorloren Chateau oder das verlassene Chateau. Ziemlich klein, aber nicht ohne die Instanz. Wie immer in der Beschreibung Link für das Package. Zu den Screenshots für die Instanzen um zu wissen wo Schätze, Champions und Geheimnisse sind. Hier sieht man auch schon direkt einen Schatz. Die braucht ihr nicht unbedingt killen, sondern könnt einfach an den vorbeilaufen. Hier wird es ein bisschen tricky. Spoil. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ihr die hier auch noch killen müsst. Ah, klassische Vorfeld. Wollte ich natürlich vermeiden, aber ich mache jetzt nicht ein anderes Video dafür. Nur dass man nicht sieht, dass ich der Instanz bin. Oh, hier ist die Schatztour für das Geheimnis. So, das war es auch schon. Also praktisch nur der eine Boss, der hier in dem Raum drin ist. Und dann habt ihr die Instanz auch. Wie immer der klassische Shit. Abonnieren. Liken. Kommentieren, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt. Könnt mich ruhig adden. Falls ihr ein paar Keys braucht. Die einfach anschreiben. Ich verteile sie gerne. Wenn ihr Tipps, Hilfe oder sonst irgendwas braucht. Bis zum nächsten Video. Ciao.